Wenn Stefan grüß dich, wie komme ich zu der Ehre? Hey Patrick bist du bei der MMM dabei? Moment. Wo will der denn hin? Stefan? Na klar. Na klar. Ja. Stefan? Aufgelegt. Hey Basti, sag mal, bist du bei der MMM dabei dieses Jahr? Ah, Moment. Will der denn jetzt auch wieder hin? Na klar. Na klar. Na klar. Sonst geht Philipp doch immer an sein Handy. Skype ich ihn mal an. Philipp? Philipp? Pennt der? Ich weiß, dein BU-Leitfaden war eine Menge Arbeit und du bist jetzt vielleicht auch ein bisschen... Philipp? Ich wollte nur fragen, bist du dieses Jahr bei der MMM dabei? Ja, bin dabei. Na klar. Dann geh dich mal umziehen, weil an so brauchst du dieses Jahr nicht. Warte. Alles klar. Okay. Kommst du überhaupt? Ich? Moment. MMM 2020 digital und virenfrei. Na klar bin ich dabei. So. Kann losgehen. Alle Informationen findest du in der Videobeschreibung. Anmelden, eintragen und dabei sein. Und dein Hemd und deine Krawatte brauchst du dieses Jahr nicht. Schmeiß mein Handy weg. Na klar. Na klar bin ich dabei. Jetzt wird's doch mal warm hier du. Na klar. Ich muss dich so wie Superman aufreißen. Der Stefan macht das dann schon. Jawoll. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal. Mit mir da neuer Hazeln wir das? Ich hoffe es geht. Wenn das erkürt. Einmal mit Profis sch Metro therapy. Die beiden, wenn es nein ist will. Einmal mit Profis manger." Odb.